Der Kongressabgeordnete Matt Gatz hat einen Gesetzentwurf vorgelegt und mit diesem Gesetzentwurf soll es Bürgern möglich sein, staatliche Einkommenssteuern Bitcoin zu bezahlen. Das ist schon dann sehr nah dran an Legal Tender. Also das ist ja eine der Hauptargumentationen vor allem von den Mainstream-Ökonomen. Bitcoin ist kein Geld, weil du kannst deine Steuern damit nicht zahlen. Also als wenn Geld immer nur dann zu Geld wird, wenn du auch Steuern damit bezahlen kannst, in einem zwangsmonopolisierten Staatsapparat. Das ist natürlich Quatsch. Im Laufe der Menschheitsgeschichte wurden Gelder, vor allem die guten Gelder, immer freiwillig gefunden, weil es Akzeptanz in der Gesellschaft gab. Nur weil wir heute staatliche Konstrukte haben, die die Akzeptanz der Gesellschaft erzwingen, heißt es aber nicht, dass es nur über diesen Mechanismus ein Geld zu Geld machen kann. Aber ja, wir nehmen mal die Argumentation, in unserer heutigen Gesellschaftsform wäre etwas erst dann ein Geld, wenn der Staat sagt, ja, du darfst deine Steuern damit bezahlen. Aber da sieht man, mit so einem Gesetz hier geht das schon in so eine Richtung. Das ist natürlich hochspannend. Ja, und er möchte, dass im Endeffekt damit die technische, aber auch monetäre Entwicklung in den USA vorangeht, dass man offen ist, den Menschen die Steuern in Bitcoin entrichten zu lassen. Und klar, wer würde das machen? Keiner würde seine Bitcoin abgeben, um seine Steuern dafür zu bezahlen, wenn er Bitcoin verstanden hat. Dann würde der Bitcoin sparen, lieber seinen Dollar abgeben. Das ist ja logisch. Darum geht es am Ende auch gar nicht, sondern eher um eine Art psychologischen Schritt und das Bewusstsein, dass man in so eine Richtung gehen könnte. Und seien wir mal ehrlich, wenn der Staat an Bitcoin kommen will und ihn nicht unbedingt an Börsen kaufen möchte, zum Beispiel, weil er eine Bitcoin-Strategie umsetzt, so wie Donald Trump das vielleicht möglicherweise macht, dann wäre das ja ein Prozess, wo man vielleicht von dem einen oder anderen wirklich dann auch ein paar Bitcoin in die Staatskasse bekäme. So, das erstmal dazu, ist aber am Ende auch deswegen interessant, weil er auf diese Idee kam durch seine El Salvador-Reise. Er war in El Salvador, hat gesehen, was dieses Land mit seiner Bitcoin-Strategie so angestellt hat und was die Menschen dort in El Salvador daraus gemacht haben und hat gesagt, boah, ganz ehrlich, das ist so cool, das will ich für mein Land auch. So, er hat diesen Gesetzesentwurf eingereicht, das Ganze ist jetzt auf dem Weg und wir müssen aber trotzdem davon ausgehen, dass es nicht kommt. Ich denke, jedem sollte klar sein, er muss vor allem in der aktuellen Situation viele Demokraten im Repräsentantenhaus überzeugen, er muss sehr viele Politiker überzeugen und bei weitem ist nicht jeder so offen gegenüber, wie es vielleicht gerade eine Handvoll Politiker sind oder auch Donald Trump ist. Und selbst wenn Donald Trump gewählt wird und dieser Gesetzesentwurf nochmal vorgelegt wird, ist es selbst dann nicht sicher, dass das durchgeht. Es ist aber trotzdem gut, weil es auf einer Ebene diskutiert wird, dieses Thema, die eben sehr hoch ist, eine politische Ebene, wie sie höher gar nicht werden könnte, weltweit nicht höher werden könnte. Also Bitcoin ist ganz oben angekommen und darum geht es am Ende, dieses Bewusstsein, dass das gleiche wie wenn Donald Trump jetzt sein Versprechen, was er alles mit Bitcoin umsetzen möchte, nicht hält. Am Ende ist das, was diskutiert wird innerhalb politischer Debatten, innerhalb der Medien oder auch bei den Politikern, dass das am Ende gut ist für Bitcoin. Dass die Menschen das sehen, dass das Bewusstsein steigt, wir brauchen Bitcoin und es wird auch zukünftigen Präsidenten und Präsidentschaftsanwärtern immer schwerer, das Thema zu ignorieren, wenn sie Präsidenten werden wollen. Von daher, Bitcoin macht das, was wir seit Jahren vermuten, was Bitcoiner seit Jahren sagen und jeder, der Bitcoin einmal versteht, ist am Ende für Bitcoin. Und die, die Bitcoin kritisch gegenüberstehen und sagen, nee, ist Teufelszeug, haben es in der Regel nicht verstanden. Und das klingt jetzt total hart, aber es ist leider so und ich habe mich selber mit unzähligen Menschen über dieses Thema gestritten oder unterhalten und habe festgestellt, dass gerade die Leute, die denken, sie seien Bitcoin-Kritiker, eigentlich keine guten Kritiker sind, weil sie gar keine validen Punkte haben und sich einfach mit der Materie nicht befasst haben. Und sobald sie das tun, sogar meist selber zu Bitcoinern werden. Und dann ist es auch an uns zu sagen, okay, es hat zwar ein bisschen gedauert, aber du hast deine Sichtweise geändert, dann reiche ich dir die Hand, bitte komm dazu. Wir werden uns jetzt gemeinsam diesem Thema widmen, weil Bitcoin gut ist, weil Bitcoin ein Geld, möglicherweise auch erstmal nur ein Sparobjekt ist, was dir sehr viel Kaufkraft bringt und was am Ende dazu führt, dass du mit deiner Kaufkraft nicht nur deinen Lebensumstand verbessern kannst, sondern möglicherweise auch den deiner Umgebung, der Gesellschaft, weil du Unternehmen vielleicht bauen kannst, weil du Ideen umsetzen kannst, Leidenschaft leben kannst, wie du es eben in einem Fiat-System nicht könntest, weil alles abhängig ist vom ausgehenden zentralen Geld, von dieser zentralen Geldschöpfung und das am Ende genau das ist, was uns an diesen desolaten Zustand der Gesellschaft geführt hat, wo wir heute sind, global. Alle Länder spielen gerade das Fiat-Game. Und ja, es wird auch niemals funktionieren, wenn nur ein einziges Land der Welt Bitcoin bekommen würde. Die Stärke von Bitcoin ist deswegen da, weil es Netzwerkeffekt hat, weil es jedes Land, jeden Menschen, jeden Politiker, jeden Banker am Ende auf seine Seite zieht. Und mit jeder weiteren Person, die dazukommt, wird Bitcoin besser und der Nutzen für alle steigt. Die ganze Zeit. Das heißt, jeder, der dazukommt, ist gut. Jeder, der sich gegen Bitcoin entscheidet, entscheidet sich am Ende gegen eigene Kaufkraft und wäre auch schlecht. Aber unterm Strich heißt es, was gut für dich ist, ist gut für alle. Und was gut für alles ist, ist gut für dich. Im Fiat-System ist es genau umgekehrt. Du nimmst den Baukredit, das ist gut für dich, aber eigentlich machst du die Kaufkraft aller anderen damit schlechter. Das Fiat-System spielt die Regel, was gut für dich ist, ist schlecht für alle anderen. Und was gut für alle anderen ist, ist schlecht für dich. Das ist das Problem des Fiat-Systems. Bitcoin verändert dieses gesellschaftliche Zusammenspiel fundamental und sorgt dafür, dass jeder profitiert. Das hat es in der Form, in dieser Vehemenz, in dieser Klarheit einfach so noch nie gegeben. Und das sind die Chancen, die wir hier ergreifen können, die mittlerweile ganz oben bei Präsidenten angekommen sind. Darum geht es. Und das erkennt sogar Bolivien. Die bolivianische Zentralbank hebt ein Bitcoin- und Kryptoverbot wieder auf, was sie damals auf den Weg gebracht haben. In 2020. Das ist jetzt, sowas passiert häufiger. Also nichts hält so schlecht wie ein Bitcoin-Verbot, ein Krypto-Bitcoin-Verbot. Wir haben das auch in Nigeria gesehen, immer mal wieder auch in China gesehen, Verbote gesehen, die auch immer wieder aufgeweicht werden. Und das ist einfach so, wenn du dich gegen Bitcoin entscheidest, ist es am Ende schlecht für dein Land. Es ist schlecht für deine Gesellschaft, es ist schlecht für deine Wirtschaft und dann auch schlecht für deine Politik. Und die heben das jetzt erstmal wieder auf, sagen, hey, die Zahlungsdienstleister hier bei uns im Land, die KYC ihrer Kunden durchgeführt haben und so weiter, die dürfen jetzt ihren Kunden auch wieder Kryptowerte verkaufen. Kunden dürfen das jetzt auch wieder besitzen. Aber sie haben nochmal in diesem Schreiben auch darauf hingewiesen, Bitcoin ist kein Geld. Also das Einzige, was hier als Geld benutzt werden darf, ist der bolivianische Peso. Ist es Peso? Ich glaube wohl. Und von daher möchte man hier nochmal darauf hinweisen, dass auf gar keinen Fall Bitcoin und Co. als Geld benutzt wird. Aber man sieht auch, dass gerade Südamerika, Mittelamerika, dass hier die Offenheit für das Thema immer größer wird. Und das ist auch logisch, weil die auch teilweise unter der Geldpolitik der Amerikaner leiden und so wie eigentlich alle Länder das unterm Strich eigentlich tun und eigentlich immer nur hoffen müssen, dass sie in der Gunst der Amerikaner stehen. Das tut man aber in der Regel auch nur, wenn man nach der Pfeife der Amerikaner tanzt. Und das ist eben das, was auch viele Länder nicht unbedingt wollen. Weswegen ich auch glaube, dass langfristig immer mehr Länder Bitcoin zumindest als Zweitstrategie implementieren, um global ein Handelsgut zu haben, neben der Nationalwährung oder dem US-Dollar, um unabhängig zu sein. Nationalwährungen, vor allem wenn sie klein sind, können schneller Kaufkraft verlieren und werden unter Umständen vom Ausland nicht gerne angenommen. Den US-Dollar zu benutzen, birgt das Risiko, dass die Amerikaner irgendwelche Sanktionen gegen dich erheben. Und Bitcoin wäre ein Gut, das immer funktioniert, das du global transferieren kannst, ohne Vertrauensparteien dazwischen und was am Ende auch keinem zentralen Risiko unterliegt. Übrigens, was ihr nicht vergessen dürft, hier in Deutschland müsst ihr eure Krypto-Bewegungen versteuern, gerade wenn sie in unter einem Jahr dieser Spekulationsfrist durchgeführt werden. Und das heißt natürlich Bitcoin-Käufe und Verkäufe, aber auch der Tausch in andere Kryptowährungen. Und wenn ihr sowas mal gemacht habt in der Vergangenheit oder auch jetzt aktuell macht, dann solltet ihr das unbedingt erfassen und dabei hilft euch ein super gutes Tool, das ist Cointracking. Wir arbeiten seit vielen Jahren mit dem Team von Cointracking zusammen und haben sehr viel positives Feedback aus der Community bekommen. Einfach wegen diesem sehr umfangreichen Funktionsumfang, aber auch, weil man das Tool bis 200 Trades kostenlos testen kann. 1,7 Millionen Nutzer nutzen dieses Tool weltweit und Cointracking ist eben dadurch auch in allen möglichen Steuerbereichen perfekt aufgestellt und weiß genau, wie was versteuert werden muss. Außerdem könnt ihr damit auch feststellen, ab wann eure Coins steuerfrei sind oder wie lange diese noch liegen bleiben müssen. Ja, bis zu 300 Börsen gibt es dort als Importfunktion. Da könnt ihr einfach automatisch eure ganzen Coins und Trades importieren in das Tool, damit ihr dort alles tracken könnt. Und sollte der ganze Prozess für euch dann doch ein bisschen zu viel sein und ihr wisst nicht, wie das Ganze weiterläuft und funktioniert, bietet Cointracking sogar einen Full-Service an. Da arbeiten sie zusammen mit Steuerberatern, die sich dann um eure ganzen Importe kümmern, auch als zusätzliches Paket buchbar. Allgemein könnt ihr, wenn ihr Cointracking als Software euch besorgen wollt, auch nochmal 10% auf den Kaufpreis sparen. Das mit unserem Link unten in der Videobeschreibung. Unterstützt natürlich auch unsere Arbeit und wie gesagt, ihr habt auch einen kleinen Vorteil dadurch. Das mit unserem Link unten in der Videobeschreibung.